ja also ich weiß nicht was los ist hier ich habe null bock hier irgendwie weihnachtsschmückereien den ganzen case hier da kommen wir schenken hier oben warst du hier und in zwei tagen hier habe ich den ganzen weihnachtssprit hier schon leer gemacht ja zehn liter hier du bin nur noch im drehmens ja und wart ihr dass das christkind kommt hier aber kein bock hier irgendwie adventskranz aber schon immer gekauft ihr das scheiß ding weißt du und tannenbaum da kommen wir sollen die anderen den kaffee was soll ich mit dem scheiß ding hängste oben hier was dann schmeißt wieder raus hier silvestre das ding hier aus dem fenster du wieso meine fernsehzeige also hier der kanister hier du der burnt hier tag für tag hier du weißt du holst mir vielleicht noch einen hier und dann ist weihnachten vorbei und dann irgendwas anderes kanister mäßig hier für silvestre hier und dann vielleicht sehen wir uns vielleicht mache ich hier live schaltung hier vom vollrausch hier und mal gucken hier silvestre hier hier mach's gut und ich wünsche dir halt geile weihnachten oder frohe weihnachten oder wie du bock hast hier alles klar hier ciao baby